Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town Blitz mit Dalu, Fizz, Juli, Kunran, Maxi, Nils, TauTau und Special Guest Sexy Jay. Hallo Leute! Nicht mehr der normale Jay ist dabei. Ich hab jetzt voll Schiss, was ist denn jetzt Blitz? Das hat mir Dalu nie erklärt. Oh, nicht erklärt. Sag mal, ich sag Blitz Dalu. Funktioniert das? Das funktioniert nur, wenn du Inno bist. Achso, das ist doch gut, find ich ja. Oh, ich dachte ich sterbe Dalu. Was hab ich jetzt gemacht? Ja, Dalu muss jetzt getötet werden. Oh, jemand hat's angezogen. Das Problem ist, dass Jay vielleicht nicht weiß, dass man nur als Inno blitzen darf. Maxi ist es. Ich darf Blitzen, ich bin Inno. Da haste Glück gehabt, du. Habt ihr gehört, dass es Maxi ist? Das ist Gentleman's Agreement, da lügt man nicht. Ja, da lüg ich auch nicht. Dann glauben wir dir das. Als darf man nur einmal in der Aufnahme-Session machen, ne? Jetzt hab ich meinen Schiff verkackt. Wer schießt da? Das Problem ist, dass wenn du geblitzt wurdest, darfst du auch nicht mehr reden. Aber du darfst dich natürlich wehren. Okay. Also Fisk ist safe, Leute. Ja, ich bin sowas von safe. Ich bin sowas von safe. Dann Juli und Kun dran bleiben nur noch. Ist Dalu der schon tot? Mit Grands und Nils habe ich hier den Schlawiner in der Dusche. Das kann ja auch... Wer ist Dalu ja Traitor sein. Achso, ich dachte, der wär tot. Also ich wurde vorhin angefackelt, also bin ich's nicht. Jeder wurde angefackelt, aber ist okay, Juli. Achso. Ich hab euch nicht gesehen, ne? Da ist Kun dran. Ja. Kun dran oder ja? Dalu ist immer noch alive. Ja, also Dalu ist immer noch alive. Ich denk mal, vielleicht versteckt er sich noch. Wo wird denn hier gelesen mit der Fisk? Warum kommst du nicht dazu? Ja, ich hab die Runde überlebt und einen Traitor gekillt. Oh nein. So n Kack. War's Juli? Juli war's. Ja. Ja. Die wurde angezündet am Anfang. Ist das nicht? Ja. Ja. Da blitzt er mich ein. Der versteht die Regeln. Moment, also. Man darf quasi... Also nur ein Inno darf blitzen. Dann, wenn du das halt machst, bist du halt automatisch safe. Weil du als Inno blitzen darfst. Du darfst zwei Namen nennen. Nur einmal pro Session. Du musst aber nicht zwei nennen. Und die Person muss dann abgeschossen werden. Also wenn man sie sieht, muss man auf sie schießen. Und die Person darf nicht reden. Das war ne Scheiße. Da bist du nicht mal gestorben. Das heißt, ich hab jetzt schon meinen Blitz versaut. Ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist bisher, dass jemand geblitzt wurde und die Runde trotzdem noch überlegt hat. Hallo. Hallo. Das war aber selten, ne? Aber... Du bist... Du brauchst dich ja selbst, äh... Inno sind's damit. Richtig, selbst wenn die Person nicht steht, bist du ja safe. Meinst du seine Premierwaffe? Wir werden die... Äh, sort of. Du hast du gut fahren. Da ist er schon wieder. Ich war bei Jake heute. Aber eigentlich wollte ich schießen. Weil du zu korrekt bist. Oh Gott. Wir müssen aufpassen. Den hau ich jetzt ab. Guck mal, meint. Der Durchgang ist verstopft. Ja, ja, ja. Ich bin ja eh wahrscheinlich tot. Kann nicht betreten werden. Na komm. Kundran, wo warst du? Äh, vor zwei Minuten. Kundran, 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 Kundran. Ja, okay. Das ist doch Kundran. Ich glaube, es ist Kundran. Es ist Kundran und Juli blockt. Nur weil Maxi Kundran sagt? Ich block, weil ich viel gegessen hab heute. Ich meine auch, ich könnte Fisk sein. Maxi? Weiße. Kundran! Er schießt auf mich! Wo denn? In der Ungleichheit. Da bin ich's nicht mit Kundran. Doch. Nein. Ich hab grad einen Stern gehabt. Ich glaub in der Duschranne. Mhm. Ja. Ich bin hier tot. Kundran. Ah, schießt auf uns. Über uns. Na dann. Mit drauf geschossen. Der Detektiv. Oh oh. Okay, schau. Der Detektiv regelt, hoff ich. Ja, ja. Ja, gut. So. Gebt mal alle weg. Ja. Da war Angst. Achtung, hier kommt Fisk. Hallo. Moment, Fisk, du bist da noch... Fisk und Juli, ihr könnt, ihr könnt euch duellieren. Ja, komm raus aus dem Hof, bitte. Oh shit. Treffen wir uns im Hof. Es ist Fisk. Schönen. Schönen. Juli, schnell. Da, wo das explosive Fass ist. Oh Gott, er hat mir gerade ein Achtung geworfen. Nein, jetzt crock Second Chance. Niemals. Bei dir ist der Scheiß, ey. Und Jay, ich geb dir bei uns den Tipp, wenn du einen Traitor erschossen hast, nicht direkt zur Leiche zu rennen. Genau. Viele kaufen noch ne Märtyrer-Granate. Ach so. Eigentlich hauptsächlich. Wolltest du ne Märtyrer-Granate kaufen, dann schreib danach in den Traitor-Chat M. Genau. Sodass die Buddies auch wissen, dass sie auch nicht an deine Leiche gehen sollen, wenn du stirbst. Das ist, also im Team-Stay schreiben wir dann im Fall immer M. Das steht für Märtyrer-Granate. Wollen, das ist, wenn man es aufdeckt, dann explodiert das Ding einfach, oder was? Ne, wenn er stirbt, explodiert drei Sekunden oder zwei Sekunden später ne Granate. Ach so. So wie in Mann on Warfare. Okay, aber nicht nur beim Check, alles klar. Okay. Aber meistens denkt man, jawoll, ich hab ihn gekillt, ich guck mal, ist der Eon tot. Mhm. Passiert trotzdem immer, obwohl es jeder weiß. Fällt mir auch. Ja, wenn du Tau-Tau tötest, erst nicht hingehen. Ja, da, 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 da. Was ist das schon? Was ist das schon wieder? Machen wir das? Randomly-Wid? Ja, ich hab schon wieder meinen Freund gefunden. Das ist doch das Schöne. Das ist ein explosives Farsi. Grants. Also sieh, du bringst zu mir, wenn einer nicht gespielt und wer nicht. Ich bin hier nebenan. Die Tasse. Meine Tasse und meine Waffe. Ja. Vielleicht krieg ich schon ein Diengeschuss ins Köpfchen oder so. Ich könnte dich blitzen, wenn ich Bock habe. Hättest du jetzt den Däne weggehauen. Das könntest du machen. Du wirst mich auch blitzen, ich weiß das jetzt schon. Irgendwann später. Mach der Nils. Hier und feiert jetzt dann Party. Ich weiß nicht, ob er versucht Pop-Kills zu machen oder was? Arsch. Pop-Kills. Oh, der macht mich bestimmt jetzt. Pop-Kill. Das ist immer noch hinter mir. Pop-Kill. Jetzt kommt doch was. Tau-Tau, bist du auch hier? Scheiße. Wo ist hier? Da, wo die Party abgeht. Auf den Toiletten. Nee, bin ich nicht. Hier passiert gleich was. Ich wurde jetzt ropfen vom Eimer. Jetzt ist er weg. Vom Eimer. Nee jetzt, Alter. Ups, ups. Hier ist Rauch. Ich sag ja, er popp da rum. Da, du kommst lieber zu mir. Hier wurde grad geduscht. Das ist noch der Dampf. Da ist es sicher. Alle sind hier angeschossen in dem scheiß Raum. Oder jemand hatte Chili. Hier wurde jemand angeschossen. Ich glaub, hier ist was anderes passiert. Angeworfen wurde hier. Angeworfen. Au. Au. Oh, da ist er ja. Gezintet. Was? Jetzt hast du das? Ja, ich komm der Frisch. Ja, ich komm der Frisch. Achso. Tautau, wir brauchen dich hier. Inwiefern? Nein, nein, nein. Hier passiert gleich ein Wort. Oh Gott. Kannst du dafür kurz mitgehen? Ja, jetzt ist ihm auch passiert. Ist Eimer tot? Ja. Eimer tot. Aber es will ja keiner hören. Ups. Ups, wein. Angeworfen ist von uns gegangen. Keine Ahnung. Und so durch? Das war total leicht. Geworfen. Hä? Ich gib's ja zu. Ja, ja. Immer die Traitor, die so tun. Quiss, quiss, quiss. Na klar. Oh, Kundran. Nein! Oh, Alter! Das war Kundran, glaub ich. Nein. Juli, war das Kundran? Auf jeden Fall. Gleich, der hat da so runtergeguckt. Oder Grant. Ah, wer ist das? Was macht ihr denn? Das ist Maxi. Da ist noch irgendeiner hinterm Feuer. McFly ist bestätigt. Okay. Ja, ich. Da war Maxi grad. McFly rennt, äh, zum Dingens. Den Hof. Zum Duschraum. Ist das so nötig, die Dusche, oder was? Ja. Hallo? Hm. Kann nur eine gehen. Was ist Jay? Wie viel ich hier sehe? Wie viel ich hier sehe? Wie viel ich hier sehe? Hallo? Wollen wir mal kurz mal bitte. Maxi! Es ist in der Zelle! Wo? Ja, in der... Ach, okay. Die in der Zelle? Oh! Oben wahrscheinlich. Ach, wirklich. Jay ist es auf, Vorsicht. Wer Jay? Was? Hm. Okay. Jay und BlackFly. Du bist ja datet, Toto. Ich vertraue dir jetzt. Ja, ich bin grad von ihm geboomerankt worden. Second Chance hat geprockt. Das ist eine Lüge! Scheiße! Maxi habe ich, Toto. Es gibt Jay. Einer von den beiden Pompilern. Maxi! Maxi ist wieder gekommen. Belogen. Entweder bist du das unten oder oben. Ich bin in der Duschegrad. Dann ist der oben. Bist du tot? Er ist grad abgeflogen. Ach. Willst du da was essen, was? Ja, wo bist du? Weck mich. Hast du ein Radar? Hm. Ja. Ach. Was machst du denn? Räufst du weg? Ja, ich kann ja nicht zu dir rennen. Ich habe kein Radar. Halt doch stehen. Ist doch viel einfacher für uns beide. Hast du aber einen Vorteil. Ach. Papplapapp. Heiße. Schade. Und Jay, wenn du den detektiv hilfst, musst du aufpassen, dass er nicht wiederbelebt wird. Wie? Also das ist eine 50% Chance. Ja, wir müssen uns dann auch bemerken. Dann wirst du direkt überführen. Ich war gerade sehr verwirrt, warum der Toto noch redet. Aber okay. Es ist die, ähm, die Herzass im Job. Das ist eine Herzkarte. 50% Chance, dass du wiederbelebt wirst. Bei mir 0. Ja, ja. Bei mir 90. Ja, jeder kriegt, was er verdient, ne? Los Maxi, wenn einer von uns ist, müssen wir Toto töten und der andere darf, muss Stillschweigen bewahren. Hey Gott. Aber ich habe keine Waffe. Ja, dann musst du ihn verprügeln. Ich brauche dir die für geile Bucke. Aber er schießt mich doch einfach weg, denn. Warum sollte er das tun? Ich bin ja dann nicht dein Teammate. Ah, okay. Autsch. Keiner hat so geschlagen, aber... Ey, ich blicke halt die... Das heißt, wir drei sind safe, ne? Nein, sagen wir es so. Ich hätte geschossen. Ja, wir wollten gerade sagen mal, eine von uns beiden ist safe. Ja, Toto hätte bestimmt auch eskaliert, wenn er ist. Das glaube ich safe. Das glaube ich eben nicht. Hau ab, dann muss es Toto sein. Ey, hau ab. Ich glaube, wir beide sind safe und Maxi könnte es noch sein. Es muss Toto sein. Es muss Toto sein. Es sind viel zu viele Leute hier. Sei dir in der Dusche. Undra will das Explosive Fass abballern. Ja, komm, wir gehen mal alle weg hier. Nein, nicht das Explosive Fass töten. Was war's denn? Warst du das? Ich glaube, das war ja aus der Zelle. Undra, du hast dir wehgetan. Das ist ein Geschrei. Was war das für ein Item? Hier liegt dein Blut. Wie habe ich das überhaupt hinbekommen? Ich weiß nicht. Warum ist Kundan fast tot? Er hat selber gemacht. Er ist umgeknackst. Ich weiß nicht, wie. Ich bin hier irgendwie gestolpert. Ich glaube, hier an dem Ding bin ich gestolpert. Wahrscheinlich über ein Fass oder so. Nee, hier ist kein Fass. Julie steht daneben. Wenn er das sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Nils muss es sein. Die Fly ist tot. Ja, Nils ist es. Er schießt auf mich. Oh. Kundan rand gleich auf mich. Ja, warum bin ich das? Du war rangedroppt. Wartet, ich kann ihn gleich beleben. Äh, beleben. Okay. Das ist der andere. Let's do it. Bei mir ist Jay. Ja, dann geh mal weiter. Und ich bin Dete. Ihr wisst ja bestimmt. Tautau. Tautau ist der andere. Leute, Tautau, geh weiter. Das ist hier in der Nähe, Jay. Ich brauche jetzt eine Hilfe. Ja, ja, ja. Ich bin Dete. Ja, ja. Guck mal, ob er in einem von den Räumen da unten ist. Du willst mich doch eh doch gleich doomen. Nein. Warum denn? Ein Traitor war tot und einer ist Tautau. Hä? Und hier kommt Fisk her. Es muss Tautau sein. Der kann nur durch den Schach abgehauen sein. Auch nix? Kann man sich hier hinter der Tür verstecken? Oh, come on. In der Dusche vielleicht? Hier ist niemand. Glaub ich. Das ist nicht gut. Warum bist du nicht bei mir geblieben, Dalu? Er ist fort. Oh, und Fisk ist noch da. Ich bin noch da, ja. Gut. Ich weiß nicht, was uns noch lebt. Jay und ich und der Traitor. Oh, jetzt nicht. Hier sind viele dort. Geht's mit Jay mit? Witz nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte, dass du... Mein Tautau ist es. Wurde ja schon gecallt, aber wer weiß, wer ist. Es sieht alles gleich aus hier in diesem blöden Gefängnis. Immer im Kreis. Wo bist du überhaupt? Wo liegt der Nils? Weiß das wer? Waren doch nicht alle überall auf dem gleichen Haufen? Auf der einen Decke? Wenn man wiederbelebt wird, darf man bei euch nicht reden. Richtig? Ich hake kurz ein, also ich bin schon tot. Wenn du von einem Traitor wiederbelebt wirst, darfst du reden. Wenn du von einem Dete wiederbelebt wirst, darfst du nicht reden. Wenn du selbst wiederbelebt wirst, darfst du reden. Und ich bin wieder ruhig. Dann? Ich finde niemanden. Wo bist du denn? Oh no! Wo bist du? Du bist ja gar nicht selbst gestorben, Fisk. Komm, du noch mit dem großen Rohr. Habe ich ja noch... Ich hab keinen mehr mitgedrückt. Das war noch gar eine Stunde von Fisk. Ich hab mir die Entität geklaut. Ich habe auf Grants Call gehofft, aber da kam nichts. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne bei den anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Wunde wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao!